Wir machen heute mal wieder einen Quest-Guide, eine Blume für die Verblickenen. Ist eine Quest für Level 59. Ich gehe mal kurz ins Quest-Log. Wo haben wir sie? Hier. Lege eine blühende Blume auf den Altar der Verblickenen in der verfluchten Krypta für den ältesten Dania in der Siedlung in Ebenmaas. Wie wir schon sehen, befinden wir uns in Ebenmaas und ja, sprich wir sind hier links in diesem Gebiet. Wir müssen hier oben hin und müssen hier den Altar suchen und dort die Blume platzieren. Und das mache ich jetzt auch, deswegen skippe ich bis dahin, wo ich den Altar gefunden habe. Bis gleich! So Freunde, ich habe den Altar gefunden. Ihr müsst hier unten in eine Krypta reingehen, euch da durchschlagen und dann kommt ihr bei dem Altar heraus. Mein Mate, den ich hier gerade kennengelernt habe, hat schon den Weg etwas frei gemacht. Und deshalb können wir einfach runterlaufen und hier dann in dem Altar quasi die Blume hinlegen. Ja, cool. Und dann das Monster töten. Ich hoffe, das zählt für mich jetzt auch, wenn er die Blume hingelegt hat. Aber wenn ich mache, ich es gleich nochmal im Anschluss. Genau, ich töte jetzt noch das Monster und dann gebe ich hoffentlich die Quest ab, falls sie nicht zu Ende ist. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und angenommen hatte, durfte ich das Monster auch nochmal töten. Die Blume hatte nicht für mich gezählt. Achtet darauf, wenn ihr die Quest mit einem Kumpel macht, dass ihr für beiden Leuten das Monster tötet und die Blume für beide Leute zählt. Genau, wenn wir ihn dann getötet haben, bzw. wenn wir das Monster dann getötet haben, ist die Quest auch vorbei und wir können sie abgeben. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihr einen Daumen nach oben. Fragen und Anregungen gerne in die Kommentare und ich würde mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um mir hilft zu wachsen und damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß wünsche ich dir noch in der Welt von New World. Bis dann, euer Mottenmann. Ciao.